Zahlreiche Zuschauer sind beim inoffiziellen GTI-Treffen in Felden mit einem Schrecken davon gekommen. Ein Mercedes rast zunächst ungebremst auf die Partymeute zu. Der Fahrer will laut eigenen Angaben einen entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei verreist der Fahrer das Auto und rast auf die Menge am Straßenrand zu. Von den Zuschauern wird glücklicherweise niemand verletzt. Das Ortszentrum von Felden am Wörthersee muss in der Nacht auf Samstag wegen des Andrangs von getunten und BS-starken Fahrzeugen gesperrt werden. Eine Polizistin berichtet auf Abbauanfragen von sehr vielen Anzeigen und viel Ärger bei den Anwohnern. Wegen des Rummels in und an den Zufahrten nach Felden kommen keine Einsatzfahrzeuge mehr durch. Die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land verfügt dann die Sperre. Auffallend ist gewesen, dass der Fahrzeugauftrieb vor allem in den Abendstunden stattfindet, sagt die Polizeisprecherin. Zu gröberen Unfällen ist es aber vorerst nicht gekommen. Körperverletzungen infolge von Raufereien wie in den vergangenen Jahren werden bisher nicht angezeigt. Schwerpunkte des Autorummels waren die Region rund um den Wörthersee, den Farkersee und Villach. Die Lenker, mittlerweile längst nicht mehr auf Golf GTI limitiert, kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und auch anderen Nachbarstaaten Österreichs.